Klaas ist ein Landtechnikunternehmen. Wir produzieren weltweit an elf Standorten alles, was der Landwirt zum Ernten braucht, inklusive Trakturen. Das ist Klaas. Besonders an Klaas ist, dass wir viele Mitarbeiter haben, die aus der Landwirtschaft kommen und einen engen Bezug haben zur Praxis und die unglaubliche Motivation und Begeisterung für unser Unternehmen. Klaas ist ein Familienunternehmen und wir sind deswegen Initiator geworden, weil viele unserer Mitarbeiter einen direkten landwirtschaftlichen Bezug haben. Das heißt, wir sind sehr nah dran an den Landwirten und wissen, was wirklich auf den Höfen passiert. Mir persönlich gefällt an Klipp My Farm, dass wir mit bewegten Bildern, das ist kein neues Medium, aber ein bisschen dynamischer, an dieses Thema rangehen. Und die Landwirte, die jungen Landwirte und Betriebsleiterinnen mit einbinden in die aktive Imagebildung für die Betriebe. Ja, warum sollt ihr bei Klipp My Farm mitmachen? Einmal, weil ihr eine tolle Chance habt, allen zu zeigen, wie das Leben auf euren Betrieben tatsächlich abläuft. Modern, dynamisch und zum anderen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, einen echt coolen Preis zu gewinnen, nämlich 10.000 Euro für das beste Video. Ich finde, das lohnt sich. So, jetzt geht's los. Wir wollen eure Beiträge. Bewerbt euch. Schickt uns eure Videos. Zeigt uns euren Sound of Nature. Was sagen Sie jetzt? Was sagen Sie denn? Also ich könnte so etwas sagen wie... So. So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.